Dass ihr euch schön aufs Weihnachtsfest vorbereiten könnt und bevor der Nikolaus jetzt in der Aktion tritt, haben wir eine Überraschung. Wir haben ein Nikolauslied gebrannt. Der Hubert Wallner mit drei Engelhänden wird das Wort haben. Bitte schön. Heute ist ein schöner Tag, den ich ganz besonders mag. Singe meine Lieder, alle Jahre wieder, kommt der Nikolaus zu mir nach Haus. Bring mir gute Sachen, die mir Freude machen. Ein Tag voll Warnungsgerd, die ess ich ja so gerne. Nikolaus, du machst mich voll zu früh. Heute kommt der Nikolaus zu mir nach Haus. Mach dann wieder schöne Sachen von mir aus. Er hilft den Menschen überall auf dieser Welt. Seine Güte und seine Liebe ist, was zählt. Heute kommt der Nikolaus. Heute kommt der Nikolaus. Heure dich zu dieser Tür. Draußen ist es wirklich der Kalt, der weh für dich nur wie so weit. Andere Kinder warten schon auf dich. Heute kommt der Nikolo zu mir nach Haus. Wachten viele schöne Sacken vor mir auf. Da hilft den Menschen überall auf dieser Welt. Seine Güte und seine Liebe ist verseh'n. Untertitelung des ZDF, 2020 Heute kommt der Nikolo zu mir nach Haus. Heute kommt der Nikolo zu mir nach Haus. Heute kommt der Nikolo zu mir nach Haus. Seine Liebe und seine Güte ist verseh'n. Heute kommt der Nikolo zu mir nach Haus. Heute kommt der Nikolo zu mir nach Haus.